Diese Website verwendet Cookies für Analysen, personalisierte Inhalte und Werbung. Indem Sie diese Website nutzen, erklären Sie sich mit dieser Verwendung einverstanden. Weitere Informationen Urheberrecht Getty in Benjamin Pavards VfB-Vertrag befindet sich offenbar eine bislang unbekannte Klausel. Benjamin Pavard besitzt offenbar eine bisher unbekannte Klausel in seinem Vertrag. Robert Lewandowski kritisierte die Bosse des FC Bayern München. Die wichtigsten News und Gerüchte des Tages rund um den FC Bayern im Überblick. Das könnte Sie auch interessieren. Korkut setzt auf Neuzugang Maffeo, Andreas Beck muss sich hinten anstellen mehr. Kritik von Levi, keiner der Bosse hat mich verteidigt. Für das Abschiedsspiel, Bastian Schweinsteiger trainiert in München, Komen, Weg mit dem Kronprinzen-Status Benjamin Pavard. Eine Klausel könnte ihn teurer machen. Benjamin Pavard besitzt laut der Süddeutschen Zeitung eine bisher unbekannte Klausel in seinem Vertrag. Demnach gilt seine Ausstiegsklausel über 35 Millionen Euro für den kommenden Sommer nur, wenn sich sein Verein VfB Stuttgart nicht für die Champions League qualifiziert. Ansonsten ist die Ablösesumme frei verhandelbar. Ein Wechsel des französischen Verteidigers von Stuttgart zum FC Bayern München im kommenden Sommer gilt als ausgemacht. Sollte Jérôme Boateng den FCB doch noch in diesem Sommer verlassen, könnte der Pavard-Wechsel auch vorgezogen werden. Jan Fiete ab und der FC Bayern mündliche Absprache über Wechsel Die Kausa ab und Bayern München zog sich wochenlang hin, bis der HSV-Stürmer im Juli bis 2020 vorzeitig bei den Rothosen verlängerte. Wie die Sportbild wissen will, entschied sich Ab deshalb dafür, weil ihn der FCB nicht wie gefordert nach einem Transfer für zwei Jahre an Hamburg zurückverleihen wollte. Die Bayern wollten Ab offenbar an 1899 Hoffenheim ausleihen, Ab bestand jedoch auf eine sofortige HSV-Rückkehr. Nun soll es offenbar eine mündliche Absprache geben, wonach der Angreifer nach Ende seines Vertrags in Hamburg ablösefrei zum Rekordmeister wechseln werde. Wettbewerb Pflichtspiele Tore Vorlagen Einsatz Minuten Bundesliga 1820845 A Junioren Bundesliga Nord-Nord-Ost 571.430 Robert Lewandowski hat die Bosse des FC Bayern München kritisiert. Im April, Mai hat fast jeder gegen mich geschossen. Und ich habe keinen Schutz vom Verein empfunden, ich habe mich in der Situation allein gefühlt. Ich habe in zwei, drei wichtigen Spielen kein Tor geschossen und plötzlich hieß es für alle, Feuer frei gegen Lewandowski. Ich habe niemanden gesehen, der damals hinter mir stand. Auch keiner der Bosse hat mich verteidigt, sagte er der Sportbild. Mittlerweile sei sein Ärger aber verflogen. Er hege keine Wechselgedanken mehr und sei mit dem Herzen wieder bei Bayern, alle Aussagen gibt es hier. Robert Lewandowski, Leistungsdaten beim FC Bayern, Bundesliga, Saison spielete Assists 2014, 15.311.072.015, 16.323.052.016, 17.333.072.017, 1.830.292. Mehr auf MSN Feedback an MSN senden, was können wir besser machen. Gesamtwertung für Website Bis zum nächsten Mal.